Bereit für die nächste Sitzung? Unser Vaterland steht an einem Scheideweg. Wir brechen auf in ein neues Zeitalter. Es ist doch augenfällig, dass hier systematisch alle Beteiligten aus dem Weg geräumt werden. Wir müssen die Menschen in Unruf versetzen. Wir müssen die Straße destabilisieren. Wir müssen Angst sehen. Wir müssen die Sitzung sein, für die Leute, die Gangen.